ah das war nicht gut das war nicht gut hingesetzt so schon besser das muss ja eigentlich so sein machen wir mal wieder weg ich gehe jetzt einfach mal nur auf die hier so hier gibt es doch auch gibt sie nicht auch mutierende sachen also so zu türen die aufgehen oder so hat oder ist das eher nicht so hier planet coaste tür schlicht nee das ist irgendwie nicht da vielleicht bei szenerie aber wo sollte das hier auch sein also über pyrotechnik bei ambiente vielleicht nein das ist alles nur müssen wir mal gucken workshop planet coaste workshop wenn ich als tür eingeben kommen millionen sachen oder auch nicht okay vielleicht muss ich auf englisch open door ja sowas zum beispiel spukhaus doors ist es nicht ja dann gucken wir jetzt einfach mal die wurde geschnappt ähm ist das jetzt schon da dabei ne sieht nicht so aus außer ist bei den gebäuden das kann natürlich auch sein da ach so das ist aber schon offen ja das brauche ich nicht danke nein das ist überflüssig ne also das scheint leider nichts zu sein naja kann halt nicht wo ist denn jetzt nochmal natur halten hier ist natürlich moderne holz von der naturholz aber das ist es nicht das ist das kann naturholz plan nein und du holz bretter plan 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 haben wir wollen ja auch noch leute reinstellen und so achten habe ich wollen ja auch noch leute reinstellen und so Das habe ich gesucht. Genau das habe ich gesucht. So. Aber wieso geht das nicht? Das geht. Aber wieso geht das hier nicht? Das hier kann man auch da hinstellen. Aber genau das habe ich gesucht. Genau das habe ich gesucht. Hexenhaus, Hexenhaus, ja da schaut die Hexe raus. Und jetzt? Ja. 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 Okay, dann nehmen wir das hier. Okay, dann nehmen wir das hier. Okay, dann nehmen wir das hier. Das hier? Nee, gehört nicht zum Gebäude. Okay. Ist eigentlich auch egal. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht, dass das zum Gebäude dazugehören sollte. Tor, Hals, Planken. Da hängt noch was raus. Egal, da kommt einfach eine Lampe hin und dann sieht das so aus, als wäre das gewollt. Aber das hier ist ein bisschen doof. Dieser kleine Spalt hier. Ja, der rührt auch da her, das ist... Huch! Halt! Das wollte ich nicht. Äh, erweitertes verschieben wollte ich haben. Ach, jetzt hat der das nicht ge... So. Entschuldigung. So, jetzt passt das. So. 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 so muss das eigentlich jetzt sein hier jetzt wieder eine tür am besten wieder nicht so so die tür müssen wir dann später noch korrigieren jetzt erstmal hier wieder weitermachen obwohl eigentlich müsste ich ja erst die szenerie da drinnen machen damit ich weiß wie groß ich das das ding machen muss so Das kann man doch auch in den Boden rein, oder? Jawohl! Das kann man doch auch in den Boden rein. das war jetzt nicht gut draußen darf natürlich eigentlich nichts sein mal zwischendrin noch ein bisschen was reinmachen damit das so aussieht wie ein feuer kostet das eigentlich das kostet dass wir nicht so viel machen so und da stellen wir jetzt jemanden rein requisiten Das war's. ja das sieht gut aus das sieht sehr sehr gut aus hier was liegt denn da ach das ist ein füschel ein kleiner vogel was machen wir hierhin haben wir da was schönes im bauplan was können wir hierhin stellen so das ist auch nicht großer gruseliger baum auch ein nest mit einem schlafenden drachen ganz schön groß und 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 Aber das Piratenlager alleine ist ja auch doof. Vor allem ist das auch noch viel zu tief. Dann müssen wir tatsächlich Holz, oh falsch, hier aktuell, ne wir brauchen Dächer, Holzdächer. Gibt es auch Naturholzdach? Ne. Okay. 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 cioè. yn